Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The JoCraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eurer Einsendung. Heute in Folge 98 schauen wir uns von Jan eingesendet Musik Command Block Datenspeicher, relativ langer Name, aber ein Name der wie er selbst schreibt geändert werden kann, an und dieses Ding hier soll angeblich auf Command Block basiert eine Art MP3 Player, MP3 Speicher in Minecraft sein. Wir haben davon schon ein paar angesehen, ich habe euch auch selbst mein eigenes Konzept mal vorgeschlagen in einigen Einsendungsfolgen bezüglich Speichern von Musik in Reds und Komparatoren und natürlich kann man auch Command Blöcke dafür nehmen. Was mich natürlich sehr interessiert ist, wie das läuft, wenn die Command Blöcke geben uns die Möglichkeit nahezu unbegrenzte Möglichkeiten des Musikspeicherns in Minecraft auszuschöpfen. Schauen wir mal. The JoCraft. Genau, das ist das Video, das war Folge 83, MP3 Player in Minecraft, kam ich auf die Idee, einen Speicher aus Command Blöcken zu bauen. Mhm. In diesem Sinne könnte man zum Beispiel REST und Computer einbauen, um Lack zu vermeiden. Die Daten werden in den Data Storage gespeichert. Okay. Ah ja. Der war tiefes 10, was glaubt 1024 zu speichern. Der war tiefen 15 lang so. Okay. Wieso speicherst du das so? Lass mich mal nachdenken. Könnte man das nicht anders? Das ist ja klar, wie speichert man das in Minecraft? Oder wie würde ich es speichern? Das ist die beste Frage. Wie würde ich das speichern? Stimmt, das ist nicht so einfach. Sagt sich einfacher Mann. Ich meine, wir haben die Scoreboards, aber im Scoreboard kann es nicht viel machen. Ich glaube, ich würde das mit den Targets machen. In der 1.17 gibt es die Targets. Oder die Marker, so heißen die. Ich habe euch die Marker vorgestellt in dem Video zu 1.17. Das beste Feature an der 1.17 habe ich euch gezeigt, was die Marker können. Ich würde Marker spawnen mit unterschiedlichen Scoreboards. Und jeder Score wäre dann für eine Sache. Und dann gäbe es noch einen Trigger. Ja, gut. Ich weiß, wie ich es machen würde. Ich glaube sogar, dass ich es hinkriegen würde. Sehr echt kurz. So, ich gucke mir das jetzt aber erstmal an, was hier uns Jan eingesendet hat. Denn das ist ja auf jeden Fall erstmal seine Idee hier, bevor wir sich uns krapeln. Schauen wir mal, ob wir das von alleine bedienen können. Disk. Hier ist schon ein Lied drin. Okay. Write to disk. Read from disk. Dann schauen wir mal an disk 5 rein. Da ist ein Lied drin. Wie ist es jetzt ausgewählt? Können wir dann Play drücken. Set address. Adresse um 1 erhöhen. Play. Okay. Gut geklappt. Nice. Dann selekten wir mal disk 1. Write to disk. Wie läuft das jetzt ab? Genau. Also, wie würde ich das jetzt machen? Reset würde ich jetzt erstmal drücken. Size 10. Noten sichern und Adresse um 1 erhöhen. Ich verstehe. Okay. Jetzt können wir eine Note auswählen. Können wir auch mehrere Noten auswählen? oder müssen... Hier können wir einen Speicher direkt auswählen? Ähm... Was für Noten haben wir denn hier? Können wir jetzt mehrere auswählen? No. Das ist die oberste, ne? Okay. Speichern wir mal. Was haben wir noch? Okay. No. Wir machen irgendwas. Okay. Hören wir uns das mal an. Was wir gerade gemacht haben. Können wir nochmal Play drücken? Ah ne. Ich glaube, wir müssen auf Reset drücken, oder? Ne. Stopp. Set address. Ah, hier kann man eine Adresse sprechen. Adresse mal erzählen. Okay. Ich drücke mal auf Reset. Mal komm. Es klappt. Und go. So. Adresse. Ihr seht rechts bei Data zählt Adresse hoch. Na, merkt ihr das? Das heißt, wir müssen irgendwie damit arbeiten. Ähm... Null wurde gespeichert. Eins wurde gespeichert. Zwei wurde gespeichert. Und speichern. Okay. Okay. Wenn wir fertig sind. Was jetzt? Muss ich jetzt auf den Knopf hier drücken. Ride to disc. Oh, 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 oh. Die Technik ist gut. Oh, 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 oh. Wir haben schon Spiron Alarm. Ähm... Ich glaube, ich muss auf Null gehen einfach. So. Und jetzt Play. Aha. Okay. Hat funktioniert. Ich verstehe. Und hiermit können wir das einfach nur speichern. Okay. Ich, okay. Verstanden. Ich hab's verstanden. Du, du hast es nicht verstanden. Ich will auch nicht, dass du's verstehst. Ich finde es, ehrlich gesagt, wirklich eine Frechheit, wie du es wagen kannst, dir diese Einsendung einfach anzureißen. Spione. So. Read from disc lädt eigentlich das, was schon auf einer Disc ist. Und write to disc speichert das ab. Das Ding ist aber ein Modul, was wir gar nicht brauchen. Ich hab jetzt durch Ausprobieren herausgefunden, wie es funktioniert. Schaut euch rechts das mal an. Adress ist super wichtig. Adress ist der Ort, wo etwas gespeichert wird. Wenn wir Set Adress drücken, geht er auf Null, weil nichts ausgewählt ist. Wir können aber hier was auswählen. Also wir können einen eigenen Ort auswählen. Wenn wir zum Beispiel den Ort 10 auswählen, dann machen wir 8 und 2 an, weil es binär ist und drücken auf Set Adress. Und ihr seht, Adress ist jetzt rechts 10. Ja, und wenn wir 42 auswählen möchten, dann müssen wir 42 auswählen. Ich hab grad keinen Bock, das auszurechnen. Ich meine, wir können mal gucken. 32 plus 8 plus 2 ergibt 42. So, zack. Können wir jetzt auswählen. Rechts Adress ist auch 42. So, das sind, also hiermit können wir Adress auswählen, aber wir starten bei Null. Wenn ich plus 1 drücke, wird Adresse, wie ihr rechts seht, immer plus 1 erweitert. Wir können jetzt jeder Adresse eine Note zuordnen. Und, äh, wir fangen an. Adresse 0 bekommt die Note C. C. Na, da kommt E. Das ist das E. Okay, wir gehen Halbtonschritten hoch. Jetzt drücke ich quasi, na, na, jetzt der nächste Ton. Na, na, das ist F. So, und dann, na, das ist Fis, G. Na, jetzt haben wir die Abfolge. Und jetzt müssen wir ja, also das Lied geht ja, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Also vier Töne Pause. Weil wir jetzt vier Töne Pause haben, müssen wir jetzt viermal hier drauf drücken. 1, 2, 3, 4. Und jetzt geht's weiter. Wieder C. Na, na. Und der letzte Ton. Und speichern und so weiter und so fort. Das geht jetzt immer weiter. Aber ich hoffe, ihr habt's verstanden. Wir weisen also jeder Adresse einen Wert zu. Ihr seht schon, Size 10. Wir können insgesamt 1024 einprogrammieren. Und dann wird Size wahrscheinlich um 1 runtergehen. Auf 9, dann wieder 1024. Das heißt, wir können, glaube ich, 10 mal 1024 Noten oder Pausen oder was auch immer hier eingeben. So. Das ist eine sehr interessante Technik, wie er das hier gemacht hat. Schlaufen Copy. Das ist wirklich interessante Technik. Sehr, sehr interessant gemacht. Stimmt, du kannst Command-Blöcke in eine Schlaufe packen. Ja. Damit habe ich ehrlich gesagt noch nie gearbeitet. Ich sehe das hier gerade irgendwie zum ersten Mal. Aber technically funktioniert. Ich will gleich mal ganz kurz mir das nochmal angucken auf der technischen Seite, was da abgeht. Wie eine Schlaufe funktioniert in Minecraft. Das ist wirklich... Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Das geht ja. Na, gucken wir uns gleich an. So. Und wenn wir jetzt zurück auf Adresse 0 springen und wir drücken Play, dann wird eigentlich das nur einmal abgespielt und die Werte werden ausgelesen. Wir hören jetzt die Anfangszeilen von O-Ware in the Saints. So. Genau. Und das Ganze können wir jetzt jederzeit zu einer Disk speichern. Nehmen wir auf Write to Disk drücken. Und können jetzt eine neue Disk laden. Nehmen wir einfach die Disk auswählen. Bam. Zu guter Letzt würde mich halt nochmal interessieren, was das dann mit der Schlaufe ist. Oder was es mit der Schlaufe auf sich hat. Wie verhalten die sich in Minecraft? Das heißt, wo wird abgebrochen? Irgendwann muss die Schlaufe ja abbrechen. Wenn die Schlaufe nicht rechtzeitig abbricht, könnte das Spiel abstürzen. So. Wir machen mal hier Say Hallo. Und wir triggern den Command-Block und mal gucken, was passiert. Okay. Es wird nur einmal in den Chat reingeschrieben. Ein bisschen ernüchternd. Ich hätte jetzt erwartet, dass da tatsächlich mehr passiert. Ich sag mal Hi. Hallo, Hi. Okay. Der Command-Block endet tatsächlich mit seiner Folge dort. Was? Ah, vielleicht endet er deswegen. Wait. Machen wir folgendes. Z-Block. R. Wir löschen mal diesen Block hier. Mal gucken, was jetzt passiert. Ne. Okay. Ich kann die nicht austricksen. Aber vielleicht geht das ja irgendwie doch. Weil irgendwie hat er ja hier eine Schlaufe gebaut. Komischerweise funktioniert die Schlaufe. Denke ich mal. Das ist nochmal eine Sache für sich. Das wird irgendwie funktionieren. Aber bis ich das erklärt habe, Leute. Bis ich es erstmal selbst verstanden habe. Oder ich erklärt habe. Ich fand es allein schon im Freizeitpark. Im Redstone Rollt. Freizeitpark schwer genug. Da solche Techniken zu bauen. Es ist super komplex, was man machen kann. Es ist richtig Deep Computer Stuff. Aber man muss ordentlich nachdenken. Das ist schon eine meiste Leistung. Es sieht harmlos aus, Leute. Aber da steckt schon mehr hinter, als ihr denkt. Da steckt schon wirklich ziemlich viel Brain hinter. Ich hätte mir das Leben, glaube ich, leicht gemacht. Wenn ich diese Technik gebaut hätte, hätte ich sie tatsächlich anstelle eines Data Speichers. So ein komplexes System, wie der Jan hier gewählt hat. Würde ich das mit Markern machen. Ich würde Marker spawnen mit unterschiedlichen IDs. Und es ist, also ich würde es eigentlich genauso machen, wie ich das euch in diesem Video gezeigt habe. Ich habe euch das gezeigt mit den Markern, die frameweise gespawnt werden. Und ich würde dann einfach statt die Bewegung, die ich tracke, einfach eine Musik tracken, die ich einspiele. Genauso würde ich es machen. Wäre meine Idee. So. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mal heute was Verrücktes zu erkunden. Macht's gut. Bis bald. Und ciao, Leute. Bis bald. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020